Hallo. Hallo. Okay, Leute. Was war das jetzt hier? Okay, Leute, wollte ich sagen. Wir machen hier weiter. Mit der letzten Folge meinte ich natürlich nicht letzte Folge überhaupt nicht. Letzte Folge meinte ich natürlich nur letzte Folge für heute. Bam. Ich hab das Gefühl, dass es richtig war. What? Ähm. Okay, was geht jetzt ab? Ähm, gut. Jetzt haben wir unseren Spaß mit Slicks. Blablabla. Ja, wir machen einfach nur nix. Wir machen einfach nur nix. Natürlich, wir machen einfach nur das hier in dem hier. Was soll das? Gut. Bringt eure ganze Armee um. Ist mir vollkommen egal. Solange keine Modarkens abknallt, ist das alles legitim. Blablabla. So. Komm her, Kleiner. Blablabla. Blablabla. Oh, Trott. Tschö. Ähm. Ja, da kann wir jetzt leider nix mehr machen. Die Modarkens sind Geschichte. Geschichte, erschossen, wie auch immer. Beides natürlich logisch. Oho. Den anderen komm ich jetzt auch nicht mehr ran, weil der Slick noch dasteht. Ich hätte... Hm, komisch. War das eine Falle? Hätte ich einfach mit dem Slick reinmarschieren sollen, oder? Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich möchte es auch nicht wissen. Ganz ehrlich. Nee. Naja. Okay. Eigentlich möchte ich es doch wissen. Bin nur ein bisschen verwirrt, was das sollte gerade. Aber egal. Na gut, dann ist es eben so. Dann haben wir eben Pech gehabt. Ich habe ihn aufgeweckt. Warum habe ich das gemacht? Ah, er schläft wieder. Okay, ähm. Moment. Okay, ähm. Schaden wir uns in den hier rein, was, glaube ich, richtig ist, oder? Doch. Sieht richtig aus. Und da hinten klebt überall Blut. Bläh. Okay. Sehr schön. Genial. So, können wir mit denen runterfallen? Ich versuche es mal. Wow. Wow. Okay. Ja. Wir können. Wir können. Wir können definitiv mit denen runterfallen. Ich glaube, ich habe es gerade gesehen, aber müssen wir das sogar. Ähm. Da ist ein Fahrstuhl. Okay. Wie viele Bienen? 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 Wie viele Minen? Habe ich noch? Warte, wo ist denn der Vogelkreis? Vogelkreis? Ich glaube, ich muss den Modarken da sitzen lassen. Hoffe ich. Und dann später mit dem Fahrstuhl abholen, oder sowas. Anderes könnte ich mir einfach nicht vorstellen. Was geht denn jetzt? Sehr schön. Okay, ähm. Blah, blah. Nein! Oh, Mann! Mann! I hate those things. I hate those fucking things so fucking much. Fuck. 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 Mann! Genau. So viel heite ich davon. Fuck. Einfach nur. Ja, 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 ja. Mal sehen, wie viel wir hier noch schaffen in der letzten Episode. Alter. Bisschen genervt. Nein, wir sind überhaupt nicht genervt. Eigentlich haben wir viel geschafft, würde ich mal sagen. Aber ich hätte gerne noch mehr geschafft. Ja, ich kriege den Hals nicht voll. Warte, was, wenn ich den... Wenn, 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 wenn... Genau, was ist, wenn? Was wäre, wenn? Ah. Okay. Jetzt frage ich mich natürlich gerade, ob wir hier einfach abhauen können. Das wäre natürlich jetzt ideal. Weil, ich... Warte. War es das hier? Oder müssen wir zwei Dinge aktivieren? Bitte, da lag mir das... Das ist das wahr. Probieren. Oh mein Gott. Wir kommen nicht mehr zurück. Was? Oh scheiße, die Türen gehen jetzt... Ja, ganz toll. Okay, ähm... Ich wusste nicht, dass ich nicht mehr zurück kann. Das habe ich jetzt irgendwie nicht mit... Egal. Gut, Leute. Dann kommen wir eben nicht mehr zurück. Moment, wie mache ich das? Scheiße. Soll ja nicht schaden. Also ich meine, gut, jetzt haben wir eine Menge Modakans wieder hängen gelassen. Ah, egal. Egal insofern, wir haben das gute Ende ja schon. Aber trotzdem ärgerlich. Scheiße. Nervige Stelle. Was ist das? Was denn jetzt? Was ist mit der Bombe los? Hilfe! Boah, was passiert mit der... Moment. Wow, 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 wow. Okay, Moment. What the heck was this? Okay, ähm... Perfekt. Perfekt. Boah, ich bin so... Mit dem Umgang... Äh, mit dem... Mit dem Bombenumgang mittlerweile. Das ist echt... Wow. Ich bin beeindruckt von mir selbst. Ich klopfe mir jetzt auf die Schulter. Hat man es gehört? Wenn nicht, dann Pech. Wenn doch, dann Hammer. Ähm... Das war's schon, oder? Kann ich jetzt hier den... Warte mal. Das wäre doch ganz cool. Weiß nicht. So. Jetzt ist das Ding weg. Das Ding ist weg. Moment, ich kann aber beide wegmachen. Fällt mir gerade auf. Ich hab nur den Mino, oder? Nein, hab ich nicht. Ah, scheiße. Ähm... Gut. Moment, wie mach ich dies? Welcher Wahnsinn. Okay. Gut. Perfekt. Und da ist das Ding zum Öffnen des... 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 Türchens, sag ich mal. Und danach können wir in den letzten Zulack gehen. Wo wir aber heute nix mehr machen werden, denke ich mal. Weil wir jetzt nicht mehr so viel Zeit haben. Wir werden also, denke ich mal, nicht die Zeit haben, noch irgendwas zu schaffen. Wow. Nix da, Kumpel. Oh mein Gott, das war knapp. Das war natürlich knapp deswegen... Okay, er ist vor Angst gestorben. Er ist untergefallen. Haha, okay. Oder, warte, komm jetzt schon mit? Ja, komm mit. Forge mir. Okay. So, ähm... Wie mach ich das denn jetzt? Moment. Wo kann ich stehen? Da. Oh Gott. Moment, das muss ich genau teilen. Ich hab echt, ähm... Muss ich sagen, ich hab Respekt vor Explosionen. Ja, definitiv. Weil... Die töten mich sofort. Und zwar in einem nicht allzu kleinen Radius. Das heißt, wenn ich nur einen Millimeter zu weinah dran stehe, beziehungsweise hier einen Frame oder einen... Wie auch immer. Dann haben wir ja Pech gehabt. Dann sterben wir nämlich. Und dann sind wir tot. Und dann haben wir ja verloren. Und das war jetzt toll und realistisch logisch aufgebaut. Alles gut, oder? Ach genau, äh... Das dritte Zulagslied, das dritte Zulagslied. Was ist das dritte Zulagslied? Ähm, keine Ahnung. Zulag, Zulag, Zulag3. Vom Zulag3. Wir sind in Zulag3 und nicht in Zulag2. Und Zulag3 reimt dich auf Zulag2. Und was reimt dich nicht auf Zulag2? Zulag4. Und da sind wir. Hier. Genau jetzt. Jetzt. Okay. Ähm, das vierte Zulag... Zulags... Zulag... Zulag... Zulag3s Lied. Unglaublich schweres Wort. Nicht eigentlich, aber gut. Wenn man ich bin, ist, dann ist das ein schweres Wort. Was geht denn jetzt ab? Okay, ähm, jetzt geht's hier... Wir schleichen uns durch die Schatten mal wieder scheinbar. Okay, äh, ja, definitiv schleichen wir uns durch die Schatten. Gut, um was zu tun? Wow, den Hebel zu aktivieren. Okay, das war knapp. Weg einfach nur, einfach nur weg hier. Okay. Jo, das erinnert mich an irgendwas. An irgendwelche, irgendeine... Moment, ich hab ja Bomben. Wie blöd kann ein Mensch sein? Wie blöd! Ihr seht es gerade an meiner... Was? Ey, jetzt renne ich da einfach runter mit 180 Stundenkilometer. Mir wird schon nichts passieren. Das ist nicht so. Mann, ich renne... Geh einfach mal weiter. Ich hab ja Bomben. Ich mein, wow, man... Mann, warum? Warum passiert mir sowas? Bitte klingeln, ich hab das Gefühl, dass es eine Falle ist. Wieso betrügt mich mein Beflügel nicht? Bitte klingeln, natürlich, natürlich klingel ich, auf jeden Fall. Trottel. Hm. Die sind so gemein. Okay. Verzeichnis, du verrätst mir, wir sind hier im vierten Zulag. Der letzte, glaube ich, auch. Ja. Er wollte uns alle umringen lassen. Wie wär's, wenn ich meinen Zwischenspeicher mache? Fällt mir grad so auf. Machen wir. Yay, Zulag 4, 4. Nicht wegrennen, nicht wegrennen, mein Freund. Nicht wegrennen. Okay, er ist geliehen. Danke. Er wollte grad abhauen. Habt ihr's gesehen? Habt ihr's gesehen? Moment, ich versuch jetzt mal was. Okay, jetzt kommt keiner mehr runter. Schade. Oder gut, eher gesagt. So, wir müssen jetzt wahrscheinlich hier mit dem Slick... Ähm... Warte. Okay, ähm, das ist... Oh Gott. Okay, wir müssen hier irgendwie mit dem Kommando der Slicks alles räumen, scheinbar. Okay, pass auf. Gut, gefällt mir irgendwie. Wir machen hier das Slick-Einsatzkommando und vernichten einfach alles. Und jeden. Bam. Und werden jetzt vernichtet. Okay, das bringt uns nichts mehr. Ähm, jetzt haben wir aber ein Problem. Ich muss speichern, ich muss aufwählen. Ich habe keine Zeit mehr, ich habe keine Zeit mehr. Okay, retten wir den noch. Mal gucken, wie weit es noch geht, um zu schauen, was auch immer jetzt überhaupt noch funktioniert. Ja, den hab ich noch. Okay. La la la. Okay. Okay, Leute. Ähm...